In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie eine zuvor gemachte Aufnahme aus dem System in Ihr Smartphone kopieren und mit Freunden teilen können. Und los geht's! Tippen Sie in der EdSilent2 App auf das Mikrofonsymbol. Wir haben bereits eine Aufnahme gemacht und diese im Speicherplatz 2 gespeichert. Um die Aufnahme in Ihr Smartphone zu kopieren, tippen Sie auf die drei Punkte am Ende der Zeile des Speicherplatzes. Es wird angezeigt, was Sie tun können. Wählen Sie Download aus. Geben Sie im erscheinenden Fenster einen Dateinamen ein. Wir nehmen mal Pathetik. Dann tippen Sie auf OK. Ihre Aufnahme ist jetzt im Smartphone gespeichert und kann geteilt werden. Zum Teilen tippen Sie auf das Teilensymbol oben in der App. Jetzt können Sie die zuteilende Datei auswählen. Wir nehmen wieder Pathetik. Dann tippen Sie auf OK. Nun können Sie noch auswählen, in welchem Format die Datei geschickt werden soll. Wählen Sie das EdSilent-Format, wenn Ihr Freund auch ein EdSilent-System hat. Für alle anderen Fälle nehmen Sie das GS-Format. Wir nehmen mal das GS-Format. Wenn Sie diese Frage nicht immer beantworten wollen und meist das gleiche Format benötigen, können Sie hier diese Auswahl merken anwählen. Dann wird das gewünschte Format gespeichert. Sollten Sie die Auswahl später ändern wollen, geht das immer in den Einstellungen der EdSilent-2-App. Nun erscheint ein Dialog, in dem Sie auswählen, auf welchem Weg Sie die Aufnahme teilen möchten. Wir nehmen mal E-Mail. Jetzt nur noch die E-Mail-Adresse Ihres Freundes eingeben, senden, drücken und das war's. Wir hoffen, dieses kurze Erklärvideo hilft Ihnen und wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit Ihrem EdSilent-2-System. Wir sehen uns beim nächsten Mal.